Stimmiges Ahoy! Mein Name ist Easy Cheesy und damit herzlich willkommen zu einem brandneuen Video! Hallo! Howdy, Cowboy! Wie geht's dir? Alter, ich bin bereit, jetzt hier eine Runde zu gewinnen, Mann! Freunde, wir spielen heute Fortnite in Minecraft auf dem High-Pixel-Server und mit dabei haben wir den King of Fortnite! Es ist nicht unbedingt Fortnite, es könnte theoretischerweise auch PUBG sein. Du hast recht. Kann man mit PUBG mit Autos fahren? Kann man in PUBG mit Drachen fliegen? Kann man in PUBG Chips essen? Chips essen? Das ist eine gute Frage! Aber die bessere Frage ist, wo wir abspringen! Oh, du hast recht, warte mal, da müssen wir uns mal konzentrieren! Was denkst du denn, wo könnten wir abspringen? Wir könnten abspringen bei den Numero Uno, Numero Tres, Numero Quattro Oh, ich wusste gar nicht, dass du Spanisch sprichst! Ah, natürlich, ich bin doch nebenbei Spanier! Ehrlich? So ganz nebenbei, ne? Nebenbei bin ich auch noch Spanier von Beruf her! Nebenberuflich bin ich Spanier! Hast du Bock bei der Elf abzuspringen? Wir haben da meistens sehr gute Erfahrungen! Elf mag ich gerne, weil da sind die Häuser so schön rosa und das passt ja einfach zu dir! Zu Easy Cheesy! Wir haben nämlich bei Roman auch schon eine Folge aufgenommen, beziehungsweise haben wir schon zwei aufgenommen! Wir haben sogar schon eine Challenge gemacht! Falls ihr da Bock drauf habt, www.youtube.com Nein, okay! Ähm, wir springen ab, oder? Los geht's! Okay, okay! Los geht die Runde! Was denkst du, wie gewinnen wir diese Runde? Schaffen wir das? Auf jeden Fall! Wir machen einfach links, rechts über den Stein und dann easy! Alles klar! Also die letzte Runde war so einfach gewonnen, das war nicht mehr normal! Ich hab nicht mal einen getötet, glaube ich! Ich hab einfach gewonnen, ey! Ja gut, weil ich die ganzen Kills übernommen hab! Ich PvP! Nein, Spaß! Yo, entgeblend! War meinst große Hauptgebäude da, siehst du das? Also ich geh da alleine rein! Oh nein! Aber guck mal, es ist keiner bei uns! Wir gehen echt, wir sind alleine, haben die ersten pinken Häuser in den! Die erste Kiste gehört dir, die geb ich dir! Oder ich bin jetzt extra unten gelandet wegen dich! Echt jetzt? Okay, dann nehm ich doch die Kiste! Alles klar, kein Problem! Ich gönne mir die erste Kiste! Und jetzt ist drin! Oh, ich hab ein Stoneschwert! Aber dafür hab ich schon einen Pfeil und einen Bogen! Und dann hau ich auch noch 28! Ein Pfeil! Reicht dir, ja! Einen guten alten Feier hab ich! Ich hab gleich auch noch eine gute alte Drink Potion! Oh, sogar eine große! Eine Major! Krass! Das ist heftig! Alter, 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 alter! Okay, ich lute mal die Gebäude hier außen, weil die Border kommt ja nachher natürlich auch von Süden aus, glaub ich! Und dann sollten wir schon langsam weggehen! Ich hab auch eine Shield Potion bekommen gerade! Eine Shield Potion? Eine Major? Oder hast du eine Chager bekommen? Eine... Ich trink einfach mal! Werden wir ja sehen, was ich hier hab! Eine Major! Ich hab fünf Herzen dazu bekommen! Ey, falls du einen Bogen brauchst, ich hab grad eine gefunden! Und ich hab ein Bridge Egg bekommen! Ich hab Pfeile, aber keinen Bogen! Ich kann dir gleich die Nice... Weißt du, was ich grad gemacht habe? Nein! Da hat es sich grad... Wir haben grad eben Fortnite aufgenommen und ich hab grad in Minecraft E gedrückt, um eine Tür zu öffnen! Lol! Okay, warte, 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 warte! Ähm... Oh, ich hab einen Bogen! Ich gebe dir einen... Oh, nein! Ich stehe grad die ganze Zeit hinter dir und wollte grad eben... Ach! Den Goldapfel hab ich dir weggeschnappt! Und den Bogen! Ich hab schon vier! Ich hab jetzt schon vier Bogen! Edge Batch! Du hast vier Goldene Äpfel? Vier Goldäpfel zum Snacken, ja! Ey, hast du vielleicht ein gutes Schwert für mich? Ein Eisenschwert? Ich hab ein Eisenschwert! Hattest du noch kein Eisenschwert? Nein, ich lauf hier ganz arm herum mit nem Stoneschwert! Ich glaub, der Luthier ist echt nicht so doll dieses Mal! Ja, kein Diamond-Schwert, gell? Nee, nee! Schon Ulo Minus, da muss man schon was dagegen tun! Ja, wir spammen die einfach wieder, Tufi! Wir PvP-Profis hier! Gott, dieses Spammen-Wort! Ich wollte es eigentlich seit neuestem gar nicht mehr benutzen! Das ist furchtbar, ja! Aber wegen dir benutze ich jetzt solche Begriffe! Was? Das ist ganz, ganz schlimm! Du hast mich angesteckt und sowas nach! Ja, ja, ja! So! Oh, Border, Border, Border is Closing! Oh, ich hab ne... Wo siehst du denn bitte die Border? Ich seh die gar nicht! Äh, oben rechts steht in rot geschrieben, Border is Closing! Okay, Leute! Bridge Egg auf jeden Fall mal auf die andere Seite! Hier gibt's nämlich richtig coole Items, auf jeden Fall! Äh, bist du bei mir irgendwo in der Nähe? Nein! Ich möchte dich so ungern verlieren, weißt du? Alter, ich hab vier TNT, ich kann richtig schießen, weißt du? Das ist cool, ja! Schießen, miesen! Ich komm dir hinterher, ich bin mal leer in der Nähe, kein Problem! Ich hab auch ein bisschen TNT, aber... Ey, ich, ich bin einfach kein Diamond Sword! Denn ich bin... Und ich bin auch keine Gegner! ...cheesy! Und... Hey! Und willkommen wieder zurück zu einem neuen Video! Ne, oh mein Gott, pass auf, da ist einer! Wo, 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 wo? Ich schmeiß die TNTs durch die Lobby! Oh mein Gott, ich bin gestorben! Oh mein Gott, du hast es auch... Du hast mich getötet! Oh mein Gott, ich hab mich selber auch getötet! Was hast du jetzt mal getötet? Alter, was ist gerade passiert? Oh mein Gott! Okay Leute, wir sind schon gelandet, jetzt gerade in der zweiten Runde! Und hier sind aber einige Leute gerade mit uns gelandet! Und, äh, ja... Mein Name ist Easy Cheesy! Mein Name ist Roman Romanski! Und ich hab einfach in der Letztung... Mein Zuhör! Oh, nimm das deinem Schwert! Ja, ich hab das... Hä? Du hast gerade das Tiererschwert genommen? Ich hab Eisenschwert reingemacht! Ach so, lol! Ich hab gerade gedacht, das hat sich einfach geändert! Pass auf, da ist einer! Komm mit, komm mit, komm mit! Den holen wir, okay? Ey, soll ich Eisenschwert oder Diamant-Axt benutzen? Ist mir egal, komm mit! Den töten wir! Okay, ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht, alles gut, alles gut! Easy Cheesy! Easy Cheesy! Oh, Mann! Oh, das passiert so vielen Leuten, dass sie einfach jetzt Easy Cheesy sagen, wenn sie was Easy sagen, weißt du? Ja, das ist echt heftig, der Name ist einfach ein catchiges Ding! Da ist noch einer! Okay, komm! Warte, ich hab Speed Potion! Do you want the Speed Potion? Ich will den töten! Ey! Just wait when I'm in... Ey, er hat so eine Wall in mich reingebaut! Ich hab ihn, ich hab ihn nicht, ich hab ihn nicht! Oh, du kommst immer und du killst die... Oh, oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh Gott! Ich hab dich, ich hab dich! Ey, du musst mich reviven! Ja, ja, revive, revive is coming! Oh, Gott sei Dank! Ein Herz! Ein Herz! Okay, hast du noch einen Goldapfel? Ich hab keinen Goldapfel! Zwei golden apples for my good, good friend! No problem! Good, good price! Kommt deine Russe in dir wieder durch? Das ist überhaupt gar kein Russe, so reden die Dubai-Janesen! Alles klar! Okay, komm, wir brauchen noch ein bisschen mehr Action-Schmeckchen hier! Ich schmeiß jetzt eine TNT! Okay, soll ich eine TNT schmeißen und sterben wir beide wieder? Bitte, mach das unbedingt! Vielleicht gibst du mir jetzt einfach mal, ich kassier jetzt ein TNT ein, okay? Oh, Diamond-Schwert für mich! Ah, jetzt hat mal hier der richtige Besitzer wieder ein Diamond-Schwert! Genau! Was ja meistens... Ey, hast du einen Bogen und Pfeile? Ich hab einen Bogen und Pfeile, brauchst du? Ich hab einen Bridge-Eck, zwei sogar davon! Oha! Ich bin nämlich professioneller Minecraft-Spieler! Wow, verdienst du damit Geld? Ja, tust du so. Ja, ich bin ein professioneller Minecraft-Spieler! Ich bin halt echt ein professioneller Minecraft-Spieler! Das kann ich bei meiner Berufung angeben! Und was arbeiten sie so? Ach, ich bin professioneller Minecraft-Spieler! Oh Gott, nein! Und das ist halt echt keine Lüge, gell? Wo bist denn du eigentlich gerade? Ich bin gerade auf dem Dach rauf, aber ich such dich auch gerade... Irgendwo musst du ja... Bist du weggelaufen? Nee, da vorne! Du bist da oben, ne? Warte, ich komm zu dir! Ja, ich bin gerade der Typ, der oben... Ich seh dich, du hast ein Bridge-Eck verwendet! Das ist sehr, sehr leif! Zwei sogar? Ich hab auch noch vier! Ich bin gar nicht mal so geizig, werden sie verstehen, was ich meine! Sind da Leute, oder wieso gehst du da gerade hin? Nee, ich bin gerade einfach nur easy-cheesy unterwegs, weiß ich nicht, meine! Oh, ich hab die Wäsche zugebaut, dass ich sie nicht looten kann! Oh, warte mal, easy, warte, 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 lass mich kurz vor, lass mich kurz vor! Hey, ja! Oh, oh! Oh mein Gott, ich hab mich zugebaut! Du wolltest mich zubauen, hast du dich getrollt! Weil ich dich gerade zuwolle, jetzt hab ich mich selber einfach zugebaut! Läuft bei dir! Ey, weißt du was? Ich hab mal hier jemanden, übrigens mal im Cross-Team gesehen, das sind also zwei Leute gewesen, die einfach so gejoint sind, doch, doch, ich spür's dir! Und dann haben die mich einfach zusammen... Border, 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 border! Ach, zieh, ja! Ich werfe ein Bridge-Eck! Komm, lass uns da lang, wir müssen weg von der Border! Ist hier auf beiden Seiten, oder nur noch einer? Wo bist du hin? Hier, einfach über die Brücke, genau! Äh, ja, wir laufen, glaub ich... Ja, ja, das ist eine sehr gute Idee, da hinzulaufen! Ich glaube, das kann sogar ein richtig guter Win hier werden! Ein Win der Woche, weiß ich mal! Ein Win der Woche sogar! Ein Win der Woche, ja! Aber ich hab, glaub ich, gar kein TNT, Roman! Wie viele Wins hast du? Ich hab zwei TNT, ich bin gut mit TNT! Oh, ich hab schon einige Wins! Ich hab auch schon ein paar Mal Solo gespielt, weil der Modus einfach geil ist, aber... Mal gucken, ob wir das zusammen wieder schaffen! Hast du einfach selber fertig gespielt, weil du hab ich erst durch ein Golden Epo! Aber mit dir als Fortnite-Profi kann man ja nur gewinnen, Roman! Mit mir kann man echt nur gewinnen! Ich bin eigentlich der Allerbeste auf der gesamten Welt, musst du wissen, weißt du! Okay! Und deswegen... Und so bescheiden schon wieder! Und so bescheiden! Und so bodenständig! Hahaha! So kennen wir dich doch! Warte, warte, warte! Ähm... Oh, die hast du schwer! Warte, ich hab glaube ich gerade was gesehen! Ich... Ich... Echt jetzt? Ich bin bei dir! Da hinten sind Leute, siehst du die? Ja, ja, genau, genau, genau! Der eine hat den anderen gerade re-rived, das heißt, die sind low! Oh! Ich liebe low Gegner! Ich liebe low Gegner! Ich schieß mit Dings! Wir schießen, wir schießen, ja! Schießen ist in der Hand! Oh! Junge, oh Junge, Junge! Das kommen die Schüsse rein! Oh mein Gott, ich hab sogar einen getroffen! Ich glaube, ich hab... Oh! Oh mein Gott, du hast den einen richtig... Oh, der baut zu! Der macht Fortnite! Der macht Fortnite! Oh mein Gott! Easy Cheesy! Sie geht da einfach alleine in die Situation mit rein! Komm! Und sie holt sich den ersten und dann geht sie einfach zum zweiten und zack! Sind die beiden einfach weg! Oh, der ist nicht tot! Okay, der eine ist tot! Easy Cheesy, der Professionelle! Wo ist der zweite? Wo ist der zweite? Siehst du den? Der ist da oben! Der ist auf dem Baum gelandet! Ja, hab ihn! Nochmal getroffen! Mensch! Der versteckt sich einfach vor mir! Hat der Angst? Ich weiß es nicht! Das muss so sein! Hat der Angst vor dir? Warte, ey! Aber... Bist du tot? Nee, 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 nee! Aber ich brauche Hilfe! Pass auf! Der schießt auf dich! Ich schießt auf dich! Ich geh hoch! Ich geh hoch! Ich hol das Ding! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ja, ja! Der hat sich selber weggesprengt! Und jetzt kommt der Erizo HD! Und da kommen die letzten Schläge mit rein! Gott sei Dank! Aber die Border kommen! Du musst schnell looten! Oh mein Gott! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein, nein! Bitte, bitte! Lebe, lebe, lebe! Dankeschön! Gott sei Dank! Hier ist First Aid! Hier ist First Aid! Okay! Kein Problem! Brauchst du noch Goldäpfel? Äh... Ja! Nein! Ja! Gib einfach! Gib einfach! Alles gut! Alles Gucci! Everything Gucci! Everything Gucci over here! Okay! Äh... War die Wall nicht gerade da? Ich hab hier doch gerade die Wall! Ich weiß es nicht! Aber wir sind schon... Ich hab doch hier gerade eine Wall gesehen! Wir sind schon sehr professionell unterwegs! Das muss man schon sagen! Da muss man schon einen Toast aussprechen! Ey! Ich hab sechs Bridge Eggs! Ey! Ich hab 13 Bridge Eggs! Das ist richtig simpfer! 13 Bridge Eggs hat dieses Mädchen! Das ist ja der Wahnsinn! Okay! Lass uns mal gucken! Wo ist denn die Mitte jetzt hier von dem Ganzen? Ey! Wenn du 13 hast und ich hab sechs! Dann lass doch einfach gleich in alle Richtungen einfach im Finale schmeißen! In welchem? Wo müssen wir denn jetzt hingehen? Da kommt die Wall! Mann! Du kannst einfach keine Karten lesen! Nein! Kann ich nicht! Kann ich nicht! Ah! Dahin! Hier! Hier! Da oder? Ja genau da! Lass oben lang! Du hast recht! Oben ist gut! Schaffen wir das noch? Äh! Also ich lauf jetzt unten lang! Okay! Okay! Dann trennen sich jetzt unsere Wege! Unsere Wege trennen sich! Aber ich geh hier einfach hoch! Warte! Okay! Perfekt! Und dann sind wir einfach wieder auf einem Weg! Tada! Oh mein Gott! Alter! Du hast mir immer den Kopf zugebaut! Haben noch zehn Bridge Eggs übrig? Okay! Kommt! Lass uns weitergehen! Es sind noch fünf! Ich hab das in dich reingeworfen! Das Bridge Egg! Und dann ist einfach nichts passiert oder was? Oh mein Gott! Ich hab das Ei einfach gegessen! Äh! Wie das? Ich bin voll der Vielfraß! Ah! Das sind Leute! Oh mein Gott! Die schießen schon auf uns! Die wollen schießen! Die sind aggressiv! Das sind aggressive Kinder! Denen muss man zeigen wie man dieses Spiel spielen muss! Okay! Ähm! Hast du Heal oder sowas? Was ist die meiner? Ähm! Heal hab ich ja! Brauchst du Heal? Brauchst du Heal? Nee! Brauch ich eigentlich nicht! Okay! Ich hab noch TNT! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Triffst du die gut? Ja! Ich hab grad TNT geschmissen! Ich hab grad zwei Leute! Du hast mich wieder getroffen! Was? Mit TNT oder was? Oh ja! Ja du bist ja auch von alleine einfach hoch gegangen! Oh mein Gott! Wir schaffen das trotzdem! Ich treff die grad so als ob ich einfach Hex an hab ey! Wusste ich doch immer dass du Hext! Aber du lebst noch oder? Ja ja ja! Ich bin sogar echt gut unterwegs gerade! Okay! Hab ich grad viel getroffen! Also die dürften echt fast kein Leben mehr haben Iso! Okay! Also die können sich halt auch healen ne? Wir müssen laufen! Wir müssen laufen! Oh mein Gott! Wir müssen einfach laufen! Ja! Wir müssen laufen! Sonst kriegen wir Schaden! Ich schmeiß das nächste Bridge Egg! Oh mein Gott! Das Bridge Egg war viel zu hoch! Oh mein Gott! Iso! 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 Wo bist du? Ja ich bin hier unten! Hier ist einer gerade bei mir! Iso! Okay! Ich komm zu dir! Ich seh dich! Musst du einen killen! Okay! Ich bin bei dir! Ich bin bei dir! Die anderen sind noch da! Wo sind die anderen? Pass auf! Pass auf! Pass auf dich auf! Roman! Ich versuch! Wir sind noch oben! Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung! Guck mal! Da ist auch einer! Ich hab noch Bridge Egg! Lass auf den Baum hoch! Auf den Baum! Ich geh gerne auf den Baum! Oh mein Gott! What a fish going on! Mir geht's gut! Pass auf dich auf! Ich bin eine Kuh! Ich bin eine Kuh! Oh mein Gott! Der Typ will! Aber ich gebe ihm einfach links rechts über einen Stein! Und er sagt! Oh! Alter! Wir haben ihm nochmal richtig gegeben! Oh er ist wieder drüben! Oh mein Gott! Iso hat er nicht gemacht oder? Nein nein! Ich lebe noch! Er versucht! Er versucht! Er versucht! Er geht wieder rüber! Ich komm zu dir rüber! Ich komm zu dir rüber! Ich bin tot! Nein nein nein! Bist du nicht! Oh nein! Ich bin in die Void gefallen! Oh nein! Du kannst mich retten glaube ich! Knockdown! Hä? Ich bin gar nicht in der Void gelandet! Ich wurde einfach runtergebackt! Kannst du mir zusehen? Komm ich schaffst es noch! Ich glaube schon! Du schaffst es! Du reißt es jetzt! Drei Teams sind noch available! Okay! Ich habe noch drei Äpfel und ich habe fast nichts zum heilen! Du kannst meine Kiste looten! Da war richtig viel drin! Ich hatte hier und so! Glaube ich eher nicht! Pass auf! Du musst laufen! Du musst laufen! Ja! Ich weiß! Mein Name ist AresulHD! Ich bin professioneller PvP-Spieler! Das müssen Sie wissen! Also ich habe das jetzt schon seit mehreren Jahren studiert! Das wissen Sie! Studieren! Wo kann man das denn studieren? In Minecraft! In der Einhornstadt! In der Einhornstadt! In der Einhornstadt! Da ist der! Der kommt hoch zu dir! Chill! Alles gut! Alles gut Chi! Okay! Ich kämpfe jetzt hier oben! Krass! Das ist mein Platz! Alter! Das ist richtig gut! Alter! Hammer! Das krasse Ende auf dem Gebäude! Oh mein Gott! Aber das ist wirklich nur ein Gegner! Ich habe einfach keinen Boden! Ist kein Bogen? Oh! Build him it! Ich bin auf ganz ganz... Oh mein Gott! Ich habe nichts mehr zum heilen! Kannst du schießen! Dann schieß ihn doch einfach ab! Ich habe einfach keinen Bogen! Achso! Ja! Stimmt! Hm! Hallo! Wirf TNT! Oh mein Gott! Guck mal wie geil das aussieht! What! Alter! Sieht das cool aus! Hammer! Ja aber was will der jetzt smaken? Weißt du wie ich smake? Baut sich da zwei Türme! Das geht voll schnell! Ey der Border wird glaube ich gleich kleiner! Ne das wird glaube ich nicht mehr kleiner oder? Doch das wird kleiner in ein paar Sekunden! Oh mein Gott! Oh stimmt! Next Border! Du hast recht! Vielleicht gewinne ich indem ich in die Mitte komme! Weißt du? Indem ich so weit in der Mitte bin! Dass er durch die Border stirbt und ich nicht! Aber er hat halt auch gar keine Pfeile mehr ne? Dieser Boy! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaube das kann sogar... Das kann einfach... Das kann einfach legit funktionieren gell! Weil ich kann... Aber der baut sich unten rein! Der wird... Ich kann... Ich kann Blöcke hier abbauen! Du musst mir sagen wo er ist! Er hat sich halt unten eingebaut! Ich kann dem nicht mehr sagen! Weil ich nicht von dir ganz weg kann! Okay! Blöcke kann man abbauen! Aber du siehst seinen Namen! Da unten siehst du ihn? Wut? Man sieht halt wirklich den Damen der Gegner wenn man Speck ist! Ja wenn man Speck ist sieht man es! Ach Iso man! Hast du TNT? Ne hast du auch nicht ne? Ich hab gar nichts man! Das ist alles schon verballert um mich zu töten! Border is closing! Also ich glaube so eine kleine Border hatte ich noch nie! Oh Gott pass auf! Pass auf! Gott Alter wie klein ist das denn? Ja! Kleinst Border ever! Hey wie klein ist das denn? What a fish! Ich bin hier! Ich bin da eingesperrt! Easy! Baut dir doch jetzt ein schönes Haus! Da kannst du dir eine schöne Inneneinrichtung machen! Weißt du du brauchst eine Küche! Machst dir einen schönen Couch! Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Der ist da unten und campt halt! Was soll der denn machen? Es ist ein 1-1 ne? Ja! Oh mein Gott! Game over! Ich hab gewonnen! Nein! Du hast verloren! Wir sind Zweite! Hä? Wie hat der Typ gewonnen? Der hat gewonnen weil du low warst! Live! Oh nein! Zweite Platz! Naja okay! Egal trotzdem gut! Freunde ich hoffe die Runde Minecraft Fortnite hat euch gefallen! Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video! Dankeschön an Aerosol dass er mitgespielt hat! Und guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei! Und ja bis dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag! Und hasta la pasta! Yeah!